verkackt oder welcher Sprung war das? Also in der, ja, wie gesagt, in der Theorie soll der möglich sein. Hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Ich glaube, bei dem hier habe ich verkackt. Ja, ich glaube, bei dem hier war es. Oh Gott, das wird wieder ein Sprung. Weil diese Geländer an der Seite, die sind so nervig. Echt mal, Geländer sind scheiße. So, Moment. Der ist, äh, total scheiße. Willst du mich verarschen? Da ist ein Monster. Nein, ich war schon wieder so eins. Hey. Ich tue mal das hier auf die drei. Das regt mich beinahe, als wenn ich schon mal bei Oma auf bei meinem Kopf. Spring! Boah, dieser erste Sprung, ne? Der macht mich schon so fertig. Moment, jetzt mache ich den ersten Sprung. Achtung. Alle gut aufgepasst? Sehr schön. So. Jetzt mache ich den. Ja, ich glaube, den muss ich auch nerteilen. Und jetzt mache ich das da. Ich bin jetzt mal schon wieder hier drin. So, und jetzt darf ich diesen... Ich weiß gar nicht, ob das ein Fehler ist, oder so, wie der Guru Sprung backen. Äh, dass der nicht richtig sprintet. Das ist eigentlich, das hängt eigentlich mit dem Laufen zusammen. Weil ich bringe einen Duda. In acht von zehn Fällen. So. Oh Gott, ich glaube, wenn ich da oben bin, brauche ich eine Spritze. So. Wenn ich da oben ankomme. Okay, okay. Okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Jetzt kommt wieder dieser Kacksprung. Den mir schon ein bisschen auf die Eier geht, aber... Ne, den haben wir gemeistert. Jetzt kommt der hier. Der hier müsste in der Theorie auch machbar sein. Ist er aber nicht. Also, ich weiß nicht, ob er machbar ist, aber... Den da finde ich schon wieder scheiße, muss ich sagen. Okay, okay. Habe ich zweitlich falsch Schatz gedrückt, ist aber trotzdem gut gegangen. So. Also, jetzt kommt wieder mein Hassenssprung, auch wenn ich den noch nie verkackt habe bisher. Das sieht immer so scheiße aus. Mein dritter Hassenssprung? Ne, ich glaube, weil mein zweiter ist ein anderer. Ich glaube, ich springe hier rüber. Sehr schön. So, da drüben haben wir wieder Clock Money. Ach, durch diese Gegner kriegen wir eh immer Clock Money. So soll das kein Problem sein. Hä, hä, wenn er von da kommt, ne? Ich will ja nur sagen, das wird noch ein Spaß. Wie viele Money haben wir hier drin? Ach. Damit kriegen wir noch einen mindestens Blatt. Aber wenn jetzt zwei sind... Jetzt mich verarschen. Achso, hier geht's raus. Hier geht's. Ist das der Anfang oder was anderes? Ne, ne, das ist was anderes. Was bringt uns das, wenn wir rausgehen? Mehr Wut und Verzweiflung? Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ah, da hinten geht's weiter. Okay, gut. Okay, hier müsste es jetzt weitergehen. Ja. Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Hallo? Oh. Geiler Fahrer sitzen. Hier kommt man zwar nicht rein, aber... Also ich muss schon sagen, die Pedale, das Lenkrad... Die Knöpfe für die Türen... Sieht schon geil aus. Ja, tschuldigung. Na, VP wieder. Glock. Mehr ist hier aber nicht, oder? Fenster? Oben. Nix. Ich würde gerne drücken. Aber geht nicht. Na gut. Ich muss hier eh am Steuerpol essen. Okay, Bus hat sich gelohnt, aber... Ich hätte trotzdem gerne ein Speichergerät, weil sonst könnte ich das noch in eine Folge packen. Aber es sieht... Aber es sieht stark danach... Ist ja cool. Ist ja wieder zu. Ja, wieso nicht? Hier geht die Straße weiter, aber es ist zu dunkel und anscheinend auch zu neblich. Ne, ist jeder zugegangen. Aber hier ist alles so zugeparkt. Wer hat denn das geparkt? Oh Gott, hier ruckelt schon. Ich glaube, wenn... Wenn wir reingehen, begegnet uns schon das erste Monsterchen. Deshalb bin ich auch so komisch reingegangen. Komm mal wieder raus, Nuss. Ja. Sehr schön. Okay, hier gibt es ganz viele Türen. VP70. Magazin. Oh Gott, hier geht es rein. Da es eine große Tür ist... Ja. Möchte ich nur gerade mal wissen... Wie das aussieht mit der Begehbarkeit der anderen Türen. Nada, nada, nada und nada. Okay. Oh, die Musik ist weg. Nada, 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 nada. Okay. Muss man sich erstmal nicht schüren. Okay. Unterlagen und alles. Was ist denn das hier? Okay, es lockt. Wir sind schon lange keine Rifle-Gegner begegnet. Rifle-Muni haben wir schon, aber... Wie cool. Da sieht man ja tatsächlich was durch. Das ist ja cool. Kann ich den Speiseplan von dir auslesen? Ne. Was? Schemen? Schema oder was auch immer. Na egal. Ich würde gerne wieder... Da-da und da-da. Ähm. Ich würde gerne da drüber, wenn wir das könnten. Aber das kann man nicht. Okay, hier kommen wir definitiv nicht drüber. Fernseher... Computer... Das wird mir viel zu groß. Ach, das ist ein Hotel. Geil. Ah, das habe ich... Damit glaube ich gerechnet. Aber ich glaube, da hinten ging es nicht mehr weiter. Das ist einfach nur zum Anschauen. Ja! Geil. I need a skew... Driver to open this. What is'n that? Weiß ich nicht. Monster? Keine Monster-Auber im Back. Da geht es nicht raus, ne? Aber ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil da irgendwie so eine weiße Wand davor ist. Kann aber auch einfach die Tür sein, die so eine Textur hat. So, Moment. Hier beim Schema geht es ja noch lang. Okay, hier geht's rein. Auf den ersten Blick. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, auf den ersten Blick sind hier drin keine Monster. Oh, hier geht's rein. Ja, Licht bringt hier drin sehr viel. Warte ist das. Ach, Schraubenzieher. Also, Schraubendreher. Okay. Ich werde mir trotzdem noch alles angucken. Okay. Die Stühle sind ein bisschen verpackt. Ich glaube, hier kommt noch nicht lang. Ne. Gott. Dann wieder raus. Okay, Schraubendreherhammer. Oh Gott, hier geht's rein. The fuck? Okay. Naja, egal. Das hat nicht funktioniert. Hier drin sieht's ja cool aus. Die probiere ich als letztes. Oh Gott, hier geht's ja noch weiter. Locked. 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 Also. Lässt sich nicht öffnen und so weiter. Okay. Damit ist es amtlich. Ich mach definitiv zwei Folgen draus. Mal wieder. Wo ging's denn jetzt noch mal weiter? Hier nicht, ne? Oder doch? Ne, beim Schema ging's doch weiter. Warte mal. Beim Schema waren die Klassenräume. Da sind wir hergekommen. Also ging's hier weiter. Ja, hier ging's weiter. Oder? Wie sieht das? Ja, das Spiel sieht das genauso. What the fuck? Okay. Müssen wir jetzt alles wieder zurück? Der hat mir wieder mein Dings genommen. Ich glaub, wir werden gleich sterben und dann ist alles umsonst. Ich will's mal ankündigen. Okay, Slot 3 ist... Dat Ding. Hallo? Hallo, du kleines Arschloch! Was? Dat seh ich nicht ein. Dat seh ich nicht ein! Hallo? Der nimmt mir immer meinen Schlagstock weg. Ich konnte mir schlagen. Ich hab keinen Schlagstock mehr. Wat für ne Kacke! Das müssen wir jetzt alles wieder spielen? Na, danke sehr! Ich zieh übrigens grad nur eine Folge lang, damit ich zwei Folgen draus machen kann. Na, danke sehr! Oh! Mh! Mann! Jetzt müssen wir das mit dem Kettensägenmann wieder machen. Die Baustelle wieder. So viel ist das in der Theorie eigentlich gar nicht, aber... Es ist nervig. Sehr nervig. Und dann müssen wir das da überleben. Wie wir das machen... Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber wir wissen schon mal, zwei Monster lauern da auf uns. Was ist? Wir brauchen auf jeden Fall... Dann nehm ich die VP3... 30? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall nehm ich die dafür. Die tot zu machen. Mit, äh... Mein Handy equipped. Und dann müssen wir wieder zurück. Oh Gott, nee. Geht dat mir auf die Eier? Das ist doch scheiße, wa? Vielleicht hab ich aber so ein Speicher-Reed übersehen. Aber das bezweifle ich. Das ist doch scheiße. Also, ich bedanke mich zu gucken. Hoffe es dir gefallen. Bis dann mal wieder. Und wir dürfen das alles wieder neu machen. Tschüss! Tschüss!